Ja, moin sind meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 auf meinem Kanal, Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir zweimal die Flucht vom Sägewerk verkackt. Diesmal wollen wir es besser machen. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Denn einmal ist Lamar uns ertrunken mit dem Auto und einmal ist er im Auto steckengeblieben bei der Flucht. Ähm, diesmal müssen wir es einfach besser machen. Ich werde gleich nach dem Tunnel vorsichtig fahren. Und nach welchem Tunnel, fragt ihr euch jetzt? Ja, gleich, seht ihr ihn. Außer ihr habt die letzte Folge schon gesehen, dann wisst ihr sowieso, welchen Tunnel ich meine. Und zwar diesen hier. Und danach wird es ein bisschen kompliziert mit der Strecke. Deswegen sollten wir da ein bisschen vorsichtig fahren. So, und jetzt bremse ich runter. Und jetzt fahre ich wie ein alter Opi. Passt. Oh shit. Oh shit. Okay, Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ich sag ja, ey, das ist echt eine tückische Kurve danach. Da muss man echt aufpassen. Aber ich hab's jetzt trotzdem hinbekommen. Ich muss jetzt trotzdem weiter vorsichtig fahren, weil es ist wirklich... Hier in der Kurve sind wir das letzte Mal rausgeflogen. Und jetzt sind wir langsam wieder auf der sicheren Strecke. Auf der Strecke, wo es sich auch gut fahren lässt. Breakdance. Move. Ich mache das beste aus dem, was ich gebe. Du weißt, was ich spreche? Ich bin nicht in einem typischen Programm. Der einzige Mentor, ich habe... Und wir werden tun, was das so tun, Alter. Trust. Man, ich habe nicht Leute, die mir das weiße Brot. Das ist nicht schade für mich. Und du nicht helfen. Du nicht helfen? Ich bin, Michael, Trevor. Wir alle kamen hier hier zu helfen. Die unholy fucking Trinity. Ballers beware wenn diese fools rollen zusammen. Du jealous von Michael und Trevor? Was ist mir und du fucking schade? Formed gangsters, n***a. So ich sollte ihn nennen, richtig? Man, ich war alles mit meinem Schaden zu machen, zu machen, dass du nicht clappen. Ich kann sicher, dass ich nicht clappen. Clearly, du kannst. Next time, homie, nicht kommen. Und, als du kommen, nicht kommen. Man, look, lass uns nicht sprechen nächste Mal. Next time, don't get your ass in the situation, all right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes, that it happens to. Man, you gonna tell me, what was going on back there? Alter, wir müssen richtig weit fahren. That shit, that's different from the country club shit, your overpaid ass is presently accustomed to. Man, Stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit. N***a, I give a shit. Stress do what he do. N***a, wollen me die. Be dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that n***a Stress tried to get you killed, n***a. N***a, that's the hood. Slippin', fool. That's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, n***a Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that n***a Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place, and D and them ballers tried to take us down. But Stress put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing them into this shit? A'ight, a'ight, but tell me this, though. If Stress was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He'd go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on the link on Grove Street. Man, you remember Grove Street? That brick was drywall. Rippin' us off was probably Stretch's ideal anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowin', man, maybe. Man, Stress got in with the ballers when he was inside. I played us as Marks, dog, but a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So Stress sends you out there where they doin' the Cush deal. Then you show up and save the day. Watch out, man! You show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here gettin' in the shit, and FC wasn't gettin' him out of it. Know what I'm talkin' about? Man, I don't know. That shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrappin' like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dog. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun savin' your useless ass one more fuckin' time. There you go. That wasn't too hard. You should've seen your face when I came in. You was like, shit, shit, shit! Hey, shit, man! Aw, bullshit, nigga. You better check them trials, homie. You probably shittin' yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they sendin' an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was payin' you no compliment, nigga. Woo-hoo-hoo, nigga! So I guess, I guess what we learned is, nigga don't think it ain't no fun to be half fuckin' with the homies, nigga. You feel me, my nigga? Yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, you know your nigga out here doin' BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or somethin'? You know what I'm talkin' about? It's hard out here to say. Aw, shit, nigga. That's nothin'. Shit, nigga. I know you done went all the Illuminati and shit, you know what I'm sayin', leavin' street niggas in the back, but... Damn, man, uh, way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you. I guess it's payment for all the work a nigga put in for you gettin' them cars and shit, you know what I'm talkin' about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce and a bucket of chicken on the way to the poor house, huh? Man, don't be like that, dawg. Cause, number one, I never got paid for them motherfuckin' cars. Number two, I saved your motherfuckin' ass no matter how many times you and that tiny motherfuckin' brain of yours have tried to get us killed, I saved you, dawg. Man, you supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me, too, but I thought we was tryin' to get out of this bullshit. You livin' a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfuckin' funeral. Nigga, ain't nobody comin' to your funeral. What? Man, what about all the motherfuckin' times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leavin' your nigga in the backfield. You know what, my nigga. If your ass can just act civilized, you will get some work. But instead, you wanna be this gang-bangin' mad-doggin' asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helpin' out a post-free nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I'll hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dawg. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga, if you remember where that is. Whoa! What's up, playa? Hello, Franklin. Man, I don't know y'all. We done, man. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no. Something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out the pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor... Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Man, Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Oh, shit. I got Trevor turkey. Hey, who was that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Blosses ass, nigga. Wenn ich jetzt da langlaufe, ist er da noch? Guck mal. Magie. Habt ihr das gesehen? Er läuft einfach nur hier so rein. So. Und ist weg. Einfach Magie. Das ist die Magie der Straße. Die Magie, die ihn am Leben hält. So, Jimmy. Mein Vater ist also doch kein komplettes Arscher. Ich gehe zur Premiere seines Films. Krass, Alter. Treff ihn bei Ponson Boys, damit er sich einen Smoking besorgen kann. Okay. Smoking besorgen kann. Dann geht's ab zum roten Teppich. Hashtag Steel. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. So, ich frag mich, was wir jetzt als nächste Mission so haben mit Frankie Boy. Und das sieht nach gar nichts aus. Das heißt, wir wechseln rüber zu unserem guten Michael. Und da kommt wahrscheinlich die Premiere-Mission. Mal gucken, wo Michael gerade steckt. Können wir ihn in den Suburbs verbraten? So, weit ist es ja nicht mehr von ihm hier. Da fahren wir mal hin. Das ist ja nicht mehr von ihm. Du hast es geschafft, gut. Ich habe dich wieder einmal, Davey. Wieder einmal. Also, was soll ich machen für mich über Hanes, den Rest der FIB, der IAA, und alle anderen? Huh? Die Geschichte ist schriftlich, okay? Wir können die meisten von auf Agent Sanchez. Ich verstehe diese Geschichte und die Agency und die Büro werden wir zurückgehen. Das Problem, das wir brauchen zu tun haben, ist Trevor. Trevor? Warum? Try Meriweather, Chinese Gangsters, General Insanity und so weiter. Ich kann Steve spinnen, dass du kontrollierst. Aber nicht Trevor. Steve. Er ist unser wunderte Hero gerade jetzt. Ich muss ihn aufzuhören. Ich muss ihn aufzuhören. Ich calm ihn down. Ich geh mich raus. Oh, wie wir uns wieder durchprügeln, ey. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Kino, oder? Nee. Nee, das Kino ist es nicht. Ach so, Anzug kaufen. Ja, hat er ja gesagt. So, wir sollen Smoking kaufen, um zur Premiere zu gehen. Ach nee, ich will Smoking, keine Sportbekleidung. Anzüge. Da wir ja ordentlich Schotter haben, versuchen wir uns mal hier das Allerfeinste zu gönnen. Anthrazitgrauer Anzug. Das ist das Beste, was die haben, ey. Kranker Scheiß. Puh. Find ich gar nicht so geil. Egal. Guck mal, wie viel Kohle wir haben. 500.000. Das sieht grauer an, so. Hm. Ja, nehmen wir den. Haben wir irgendwas anderes noch, wo wir vielleicht noch was dazukaufen können? Oh, hier sind die guten Anzüge. Smoking. Schwarzer Anzug. Aber ich glaube, ich muss den hier nehmen. Nehmen wir einfach mal den Smoking. Passend für die Premiere. Jo, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.